Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich diesen delikaten Wurstsalat mache. Es ist wirklich, wirklich einfach. Beim Metzger habe ich Fleischwurst, rohe und feine geholt, zusammen runde 300 Gramm. Man kann aber auch Leberkäse nehmen. Die Wurst wird von der Pelle befreit. Anschließend wird sie in Scheiben von ca. 3 mm Dicke geschnitten. Die Scheiben lege ich aufeinander und zerschneide sie so, dass ich kleine Stifte oder Batons erhalte. Ich mache das gerne mit dem Messer von Hand und nicht mit der Maschine, denn der Salat profitiert davon, wenn die Wurststücke nicht zu gleichmäßig oder gar zu dünn geschnitten sind. Die Wurst wird in eine Salatschüssel gegeben und jetzt kommt die grobe Fleischwurst dran. Auch sie wird von der Pelle befreit, denn diese lässt sich schlecht kauen und in Scheiben geschnitten. Achtet beim Schneiden immer darauf, dass das Schneidgut fest aufliegt, also nicht auf der runden Seite, sondern auf der flachen, wo es beim Schneiden nicht wegrutschen kann. Auch die grobe Fleischwurst kommt in die Salatschüssel. Nun wird noch eine Zwiebel, so um die 120 Gramm, klein geschnitten. Sie wird vor dem Halbieren allerdings noch vom Wurzelstrung befreit, denn dieser hält die einzelnen Schichten der Zwiebel zusammen und das wollen wir nicht, die Streifen sollen im Salat zerfallen. Nun kann ich sie der Länge nach in feine Streifen schneiden und zur Wurst geben. Als vorletztes wird noch Essiggurke, ungefähr 150 Gramm, in Scheiben geschnitten. Ich habe hier Sandwichgurken genommen. Wie man die macht, zeige ich in diesem Video. Man kann auch schlesische Gurken haben oder einfach Essiggurken nehmen. Auch diese Scheiben werden gestapelt, in Streifen geschnitten und zum Inhalt der Salatschüssel gegeben. Jetzt muss nur noch eine Salatsoße gemacht werden. Auch das geht ganz schnell und wir machen uns nicht so viel Arbeit. Es wird ein Esslöffel Senf auf die Zutaten gegeben und dazu kommt großzügig frisch gemahlener Pfeffer und da alle guten Dinge drei sind, drei Esslöffel von dem Gurkenwasser. Salz gebe ich keines hinzu. Nachdem nun alles herzhaft gewürzt worden ist, wird alles beherzt durchgemengt. Und da haben wir den Salat, den man natürlich auch noch abschmeckt. Man kann ihn in eine rustikale Schale geben, zusammen mit einer Scheibe Landbrot, vielleicht einem Bier, servieren und hat einen leckeren kleinen Imbiss, der immer gut ankommt. Ich hoffe, ihr probiert diesen Salat einmal aus und verratet nicht, wie einfach er herzustellen ist. Das Rezept habe ich am Ende des Videos zusammengefasst. Und da es sich um einen Wurstsalat nach schwäbischer Art handelt, habe ich im Anschluss daran noch ein paar Bilder aus Ravensburg in Oberschwaben beigefügt. Hier ist die Zutatenliste. 300 Gramm Fleischwurst, grob und fein, jeweils 150 Gramm, circa 120 Gramm Zwiebel, circa 120 Gramm Essiggurken, ein Esslöffel Senf, Pfeffer, drei Esslöffel Gurkenwasser. Dazu reicht mein Brot. Ich grüße alle, die mich kennen und auch alle Zuschauer, die mich nicht kennen. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020